Leute, willkommen zu Minecraft Maxi Games. Minigames. Oh, ich hab gedacht, es sind Maxi Games. Ja, wir zocken einfach ein bisschen die Minecraft Minigames von der alten Switch Edition. Die gibt es nämlich auf der neuen Edition gar nicht mehr, ne? Und ja, die haben wir neulich erst wieder eindeckt für uns. Und die zocken wir jetzt einfach ein bisschen, weil die sind voll derb und so, hab ich mir sagen lassen. Oh, ich bin abgestürzt und so. Ja, du säufst auch zu viel, deshalb bist du abgestürzt. Heute sind wir übrigens im Gleiten beim Zeitrennen. Und das heißt ja, wer am schnellsten die Map abschließt, der gewinnt. Wir werden wahrscheinlich zwei Parts pro Minigame machen. Ja, ich hab die Einstellung geschafft. Ja, genau. Weil es ja auch verschiedene Modi und so gibt für die Minigames. Und ja, wisst auf jeden Fall Bescheid. Wir sind heute im Tempel, glaube ich, ne? Hä? Ich glaub, das war Dschungel, oder? Dschungel? Ich glaub, das heißt Tempel. Es gibt verschiedene... Ne, Höhle, Tempel und... Höhle, Tempel und Canyon gibt's. Genau so. Das heißt, das hier ist Tempel. Na, Spiele... Äh, Entfülllichkeit ist zu hoch, lol. Ich mach noch irgendeine Einstellungen. Ja, ist ja egal. Die gucken eh bei mir, weil ich interessanter bin als du. Genau. Ja. Ich mein, ich bin bisher, glaube ich, noch gar nicht abgestürzt. Interessiert's euch vielleicht auch, wie wir auf das Let's Play gekommen sind? Warst du euch da? Ja? Ja, ich hab ja gehört. Von hier, von Frede. Der schaut nicht zu. Das war ein bisschen weird. Das war jetzt eigentlich mega spontan. Wir wollten nämlich eigentlich Bud Spencer und Terrence Hill Slaps and Beans aufnehmen. Äh, Probleme gab's dann aber, weil wir so oft hängen geblieben sind an so Behinderten-Timing-Passagen. Ey, die konnte kein Schnellsch schaffen. Ja. Und das ist ungeeignet, ja. Ja, haben wir uns gedacht, ist nicht so geeignet fürs Let's Play. Machen wir dann eher vielleicht im Stream oder privat. Ihr werdet es ja sehen, falls ein Stream kommt. Und wenn nicht, dann haben wir es privat gezockt und ihr seht gar nichts, ihr Opfer. Hihi, lol. Äh, ja. Ja, und deshalb haben wir das jetzt halt spontan gestartet. Ja. Und ich bin jetzt zum ersten Mal abgestürzt. Wow. Du kannst jetzt wieder aufholen, weil du bist ja gar nicht abgestürzt. Ja. Ja, ich hab übrigens gewonnen. Ist das geil? Alter. Ja, dann gibts jetzt auf beiden Seiten mich. Drück mal B. Ja, dann kann man dich jetzt aufhören auf beiden Seiten. Jetzt kann man mich von hinten sehen noch. Yeah. Oh, wow. Von hinten und genau. Ey, das sieht so weird aus, wenn man das von hinten sieht. Guck dir das an. Oh, Mann. Okay, 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 okay. Ich bin noch mega am Anfang, weil ich die ganzen Einstellungen erst noch gemacht hab. So. Wow. Also mit dem Joy-Con ist es schon schwierig. Aber es ist in Ordnung. Es ist in Ordnung. Ich finde, ich war halt auch übelst schlecht. Ich bin einmal abgestürzt. Du stürzt meistens öfters als einmal ab, ne? Ja, aber für das Let's Play muss ich doch Skillman 3000 sein. Ah, wo geht's hin? Ich hasse diese Stelle. Jedes Mal. Ich glaub, da geht's nicht hin bei dem Wind. Okay. Genau da geht's hin. Ja, vielleicht schaff ich's noch in vier Sekunden. Drei, zwei, zwei. Nein, das ist zu weit. Ja, doch, das schaff ich noch. Ja, okay, du hast noch den Wind erreicht. Sie haben ihren Wind erreicht. Biegen sie rechts ab. Und dann drücken sie die alte Shift-Taste. Genau. Nicht die neue. Ich bin übrigens hier Blue Sky, obwohl ich ja eigentlich Horry-Cole von links bin. Und ich bin jetzt Horry-Cole von links. Also, ich bin Horry-Links von Kohl. Ja. Ja. Das ist spannend, Leute. So, Alter, warum bist du so auf Turbo-Mode? Oh Gott, stirb doch einfach. Danke. Bist du gestorben? Ja, deineswegen wahrscheinlich, weil du gesagt hast, stirb. Ja, deshalb bist du gestorben. Das liegt nicht an deinem Muskel. Oh Gott, ach, da geht's nicht rein. Nee, da geht's nicht rein. Oh wow, ich war grad baden, ne, übrigens. Oh. Oh ja. Ich bin doch durchs Wasser gegleitet. Und dann so tot. Und ich so, danke. Das war jetzt aber nicht so toll. Das Wasser hat die Sowjetunion getötet. Nein, beantragt. Fuck, mein Trick hat fast funktioniert. Was hast du für einen Trick versucht? Eine Abkürzung. Ah, toll, die geht nicht. Eine Abkürzung, ja, die schaffst du wahrscheinlich auch. Nicht mit Joy-Cons, ne. Da muss man mega gut reagieren. Das schaffe ich nicht ganz so toll hier. Willst du nochmal erzählen, warum du mit Joy-Cons spielst? Ich hab meinen Pro-Controller verliehen. Ja, kann ich nicht nachvollziehen. Grüße gehen raus an Flex. Ja. Falls du hier zuschaust, bring den Co-Controller zurück. Der hat irgendwie nur 10 Leute abonniert. Und du bist ein englischer YouTuber oder so. Wie viele Leute hast du auf YouTube gerade so aktuell abonniert? Weiß ich nicht. Aber ich kann es verstehen, dass er englische Leute schaut. Weil englische Videos sind halt auch saugeil so. Ich schau auch, also nicht zum Großteil, aber ich schau bestimmt, ja, keine Ahnung, die Hälfte der Leute, oder? Ja, vielleicht auch ein bisschen weniger als die Hälfte. Aber ich schau mittlerweile auch sauviel englische Videos an. Also ich muss, ich wollte jetzt eigentlich auch noch sagen, wie viele Leute ich abonniert habe und so. Also ich hab 180 ungefähr abonniert und ich muss immer 10 Leute, die ich nicht mehr gucke, deabonnieren. Wenn ich die 200 erreicht habe, weil ich nicht so viele haben will, weil es sonst halt einfach zu viel wird und es dann zu unübersichtlich wird. Okay. Ja, so sieht es bei mir aus. Ja. Ich deabonniere auch manchmal Leute, wenn ich merke, okay, die sind jetzt ewig inaktiv oder die schaue ich nicht mehr. Ja, genau. Ja. Aber ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Abos ich hab. Aber 200 könnten es schon sein, so. Ich weiß es echt nicht, so. Aua. Shit. Ich bin gerade irgendwie schlechter als in der ersten Runde, was überhaupt keinen Sinn ergibt. Wenn man eigentlich in der ersten Runde schlechter sein müsste. Und ich bin besser. Okay, ja, das ergibt Sinn. Echt? Ja, das ergibt Sinn. Man steigert sich ja. Ja, logisch. Hab ich manchmal gehört. Warum bin ich immer noch an dieser Stelle? Wie du bist immer noch am Anfang. Ja, da ist so ein langer Zeitraum. Ich war kurz vor dem nächsten Checkpoint. Aber nein. Ja, ganz kurz. Hab übrigens wieder die Welt beendet. Aber mega schlecht. 2 Minuten 53. Ist ja mal mega schlecht. Alter. Ich glaub's nicht. Bin ich gerade ernsthaft über den Boost geflogen? Komm. Nächster Checkpoint. Einfach nächster Checkpoint. Ja, den erreichst du. Oh, ich hab ihn nicht geschafft. Ja. Du stirbst ja eh ganz unten immer so. Deshalb den erreichst du auf jeden Fall. Ja. So, und jetzt durch den Wald wieder. Siehst du, diesmal bin ich weiter. Vielleicht schaffe ich es tatsächlich noch. Also... Du versuchst lauter Abkürzungen, oder? Ich wusste gerade gar nicht, dass es eine Abkürzung ist. Ich kannte den Weg gar nicht. Es gibt aber auch einfach manchmal normale alternative Wege, die jetzt keine Abkürzung sein müssen. Die auch einfach ungefähr gleich lang sind. Warum steige ich da jetzt nicht hoch? Ja, geil. Geil auf jeden Fall. Geh mal ganz unten in den Wind. Ich glaub, wenn du dann zu hoch ziehst, dann hast du einen größeren Boost, oder? Keine Ahnung, ich bleib jetzt hier stehen. Okay. Lala. Und noch eine dritte Runde. Letzte Runde. Mal seh's, was die so bieb. Das heißt, mal sehen, was die so bietet. Für diejenigen, die ihn nicht verstehen, weil er behindert ist. Das war jetzt als Kompliment gemeint, ne? Dass die Leute dich nicht verstehen. Ja. Konntest du dir denken, oder? Natürlich. Okay, ich versuch noch mal die Abkürzung. Okay, du bist vor mir schiff. Wenn ich die Abkürzung jetzt schaff. Was ist das für eine Abkürzung? Geht die über die Höhle drüber, oder was? Ich hab die grad nur ganz kurz gesehen. Ja, die geht über die Höhle drüber, und dann muss man so 180 Grad Drehungen hinlegen. Alter, ne. Das wär mir zu kant. Riss. Das heißt, riskant, kant, kant, kant. Die Joy-Cons klappt die meistens sogar, also mit Joy-Controller. Tja, ich verfluch die Joy-Cons nicht zu unrecht. Nee, tatsächlich nicht. Ja. Ich mein, sie sind gut für so Games wie Super Mario Party und so. Da hab ich auch überhaupt nichts gegen die. Bei so... Da kann man den Pro-Controller eh nicht benutzen. Kann man eh nicht benutzen, aber bei so Gimmick-Games, sag ich mal. So, wo die wirklich aktiv genutzt werden. Da sag ich, okay, ist in Ordnung. Aber jetzt bei solchen Spielen... Für was brauchst du hier die Joy-Cons? Für nichts. So, du hast... Zum Steuern. Nee, ich mein, hier hast du ja mit den Joy-Cons keine anderen Möglichkeiten als mit dem Pro-Controller, so. Deshalb find ich die hier halt auch unnötig, so. Ja. Verstehst du, was ich mein? Natürlich. Nee, du verstehst es nicht. Du musst nochmal nachfragen. Äh, wie meinst du das jetzt genau? Alter, hör halt zu. Grüße an die Lehrer von damals. Ich hör auch meistens nicht zu. Ja. In der Schule. Ja, ich... Ich hör so halb zu. Ja, irgendwie... Ich mein, ich hör natürlich richtig zu. Grüße gehen raus an meine jetzigen Lehrer, die voll die Ehrenmänner und Frauen sind. Meine alten Lehrer nicht. Und ehrendivers? Nee, ehrendiverse hab ich nicht. He, 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 he. Abonniert. Auf YouPorn. Ja, auf Pornhub. Ich sag's dir, da we want. Pornhub ist besser als YouPorn. Ja. YouPorn hat voll das hässliche Design, ey. Oh, toll. Das interessiert mich jetzt. Ja, ich weiß. Deshalb erzähl ich's ja auch. Du brauchst doch nicht offensichtliche Sachen nochmals verwählen. Erwähnen. Nicht erwählen. Ich erwähle diese offensichtliche Sache. Ach so. Das ist krass. Ja, ich kann's tatsächlich dieses Mal sogar chargen. Ja, soweit ist es gar nicht mehr. Merd. Gar nicht mehr. Ich hab doch Wenigerd gesagt. Kennst du Wenigerd? Ist mein Kumpel. Aha. Ja. Sehr interessant. Ja, du schaffst das nicht. Bin ich gar nicht mehr so sicher. Jetzt schaff ich's nicht mehr, nein. Ja, aber du hättest es auch so nicht geschafft. Das wäre noch zu weit gewesen. Das hätte sein können, doch. Nee, das ging noch ein bisschen weiter so. Hallo, ich kenn die ganze Flugstrecke. Ja, du hast es dreimal geschafft. Im Gegensatz zu dir. Doch, das hätte ich sogar geglaubt. Nee, okay. Nee. Ja, ich weiß. Das ist schon noch ein bisschen so. So, ich lauf da jetzt runter. Okay. Okay, wir haben's geschafft. Nice. Wir sehen uns beim diesen Mal. Bis zum nächsten. Tschüss. Ich.